Hallo und herzlich willkommen auf der Militärbasis mit dem Generalstabsober-Hauptgefeiter Mr. Wanwa. Musik, äh, an der Musik, Trompete, Dingspump, der Echse, der Kuhn und Annie. Annie schießt auch nicht. Was ist der erstmal Applaus verdient? Nicht Wanwa? Echt denn? Nee, ich meine jetzt der erste Runde. Achso. Nee, aber drumherum hat sie lange ewig taggestanden, oder? Ey, ich bin im Office-Building. What the fuck? Bist du im Office-Building? Boah, ist man im Waffe irgendwie. Ja, wir sind im Office-Building. Ich bin mit Groom hier. Mhm. Mhm. Was ist das denn? Ein kleiner Büroflur zwischendurch. Du verstehst doch. Ja, aber man muss hochschlafen. Ja, ja. Ein Co-Detective. Achso, Groom ist Detective, das ist gut zu wissen. Ja, wir haben jetzt in der Griff jetzt hier. Ach, da ist der Kriegner. F. Wow, da ist ein PC und ein. Ja, das Wanwa hat drin. Wanwa nimmt dein Büro auseinander. Hat Wanwa geschossen, oder? Diese Nixe, die hol ich mir. Ey, ich bin weg, ja. Hä, was habt ihr denn mit dem Turm? Ja, du bist Traitor. Ey, das sind alles Steuergelder da. Das kann doch mal nicht. Wo machst du den Turm kaputt? Ich? Ey, hier ist ne Waffenkammer. Okay, okay, okay. Ich geh ans Fenster und... Scheiße, ich kann hier nicht raus. Ich hab ne Waffenkammer gefunden. Ich wollte mich gerade... Spring! Los! Oh Gott! Nein, ich muss ihn töten, bevor er springt! Spring jetzt! Oh Gott! Bang! Mann! Ich schütze sich halt! Ich hab den Aufprall gehört! Hat's Batsch gemacht! Ach, hier bist du Goom! Ich hab ihn geschockt! Bitte, bitte, bitte! Bitte, bitte! Bitte! Ich glaub, wenn mal. Über zwei. Schön! Bitte, lass den Traitor gewesen sein. Wo ist er aufget... Danke, Goom! Hier! Er war eh nur, oh Mann! Oh, ist er drauf oder hab ich noch abschießen können? Das kann nicht sein! Ah! Perfekt, Goom! Perfekt! Kein Problem. Wer wurde... Wer hat... Trumler gesch... verschossen? Den hab ich am Anfang gemacht! Ach, hier ist Mr. Wanda! Waaah! Ah, Traitor, okay! Dann muss der letzte Snail sein! Brauchst du dann in der Berundung gerade gar nicht. Wenn du in der Traitor bist, dann tötest du Leute und suchst dann in der Berundung aus. Der levert schon mal. Ist dann immer ganz gut. Snail, lebst du noch? Der ist wieder so still. Der hat bestimmt wieder Prop Disguiser genommen. Der war ja auch eben noch. Wo ist der hin? Eine Stunde, brauchst du irgendwas extra? Ja, eigentlich grad nicht. Ich hab ruhig. Ach, fuck! Du hattest nur einen Radarpunkt, oder? Ja. Ach, Mann! Ich hab auf den Moment gewartet, bis zu her kommst du dich um zu bringen. Ja. Ah, Stay! Da hab ich Stay schön leise umgebracht, ohne dass jemand mitbekommen hat. Mies! 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 Das ist halt das Tolle an der Waffe, die ich jetzt nehme. Ich weiß ja, dass du eine Holztastatur hast, ne? Das ist immer mitbekommen. Das ist immer mitbekommen. Aber... Das ist immer leid. Kauf dir doch mal eine Sherry. Die sind leise. Ja, das liegt am Mikro. Das muss ich wieder auf. Ja, dein Mikro ist gleich, wenn du sagst du, oder was? Ja, genau! Aber die Map ist voll riesig, oder? Mh. Quatsch. Da würd ich eher schätzen, dass... Das ist immer viel zu groß. Also für sechs Leute auf jeden Fall. Neun Leute hätten wir die noch, aber das wäre mit sechs ist schon ein bisschen... Ach, Shit. Das ist wirklich etwas übertrieben. Gerne Artillerie. Da kann man einfach durchhüpfen. Oh, hier ist ein Fass... Äh... Weg da, Drummer. Das ist der Wurf einfach. Äh... Na. What the fuck, Alter? Ich hatte ein anderes Fass, hatte ich damit getroffen. Da ist noch ein Fass weg da. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Bum, boom, boom. Bum, boom, boom, boom. Mochte ich einfach ab? Ja, ne. Mochte ich einfach, Blut? Boah, mit dem Helikopter, hier würde ich gerne fliegen. So, ich hab nicht Relang Station für euch. Ach, Wanwa ist Detective. Was? Ich hab ja schon darauf gewartet, dass, äh, dass Andi sich dafür rächen will, dass er in der ersten Runde Wanwa nicht täten kann. Ich wollte ihn, ich wollte ihn gerade töten. So, hier hab ich die Helik Station für dich, Blume, ja. Danke. Danke. Ey, ich bekomm die. Oh. Ja, okay, dann bekommst du die. Meine. 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 Ja, drumher ist es. Wo seid denn hier? Hallo? Ich bin im Traum. Ich bin im Traum. Sag jemand drumher gerufen? Ja, drumher ist es auch. Gut. Ah, hier bist du, hallo. Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Keine Ahnung. Oh. Vielleicht hier oben? Ah, nein. Ah, du bist ja auch hier drum. Okay, sind sie nicht. Ist sie noch irgendeine bessere Waffe? Stimmt, es wird in der Waffenkammer. Wo ist denn hier eine Waffenkammer, Snail? Ah, in einem der Hangars. Oh. Oh. Hm. Gute Wochen. Ey, schmeiß ein Stuhl runter. Und noch eine. Ich habe Feuer gemacht. Hast Feuer gemacht? Oh Gott. Wer lebt jetzt noch eigentlich? Mit der Incy, oder was? Jetzt leben alle, alle vier anscheinend noch hier. Also, Boom, ich. Ja, äh, der Intekt ist ja nicht mehr, weil Kaya Traitor ist. Axel, so langsam hab ich das Gefühl, dass du es bist. Wer ist das hier? Ich. Nee, kann's ja auch noch sein. Der ist ja auch nicht. Aber weil du das so verheimlichen willst. Oder du bist einfach dumm. Ja, wie gesagt. Es ist, äh, Drummer. Ja. Axel, nein! Jo, wahrscheinlich. Ich seh gar nichts. Halt. Axel, was machst du da? Ja. Also, das hätte besser gehen könnten. Ich hab nichts gesehen. Ich hab's erst den letzten Moment gesehen, wo du mich angeschlossen hast. Ich hab die ganze Zeit mit dem Messer versucht, dir die Identität zu klauen. Ach, nee. Es hat auch immer einen Stuhl da vor meinem Gesicht. Ich hab an die Weckes. Wieso hast du immer Scheiße in deinem Gesicht? Aber Axel davor war. Bah, jetzt hab ich's ihm gegeben. Jetzt heult er. Heult er? Heult er? Heult er? Axel, heule. Ich heul nicht. Scheiße. Wieso sollte ich aber? Warte, warte, warte. Ein trauriger Moment. Hör auf. Ach so, das ist so ein Hooray-Sound. Äh, ich hab sowas. Ah. Nicht schlecht. Ich hab einen schönen Yay-Sound. Warte kurz. Also, ich hab den schon neu. Muss ich den jetzt noch finden. Hm. Hm. Äh, tada. Goom, am Schauken? Nein, Goom ist am Sound draußen. Ach so, der war das gerade. Okay, ja, gut. Ja. Ja. Hey, Drum hat Goom schon mal nicht weggemacht. Der ist eigentlich nett. Aber, oh, der hat mich gesehen. Kann natürlich auch sein. Wie Indo. Vielleicht bin ich auch sein Traitor-Kollege. Ja, der wirst du auch sein. Ja, der wirst du auch sein. Können Pia sein. Indo-Kollege. Das kann natürlich auch sein. Hast du die Frage noch? Raus auf dem Turm, wer auch immer da oben ist. Ja, was mit dem? Mach mal den. Wer ist im Turm? Ich bin im Turm, wieso? Ach so, du. Hast du das gesehen, Andy? 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 Ja? Warte mal kurz. Solltest du? Nein, Andy. Der ist gerade irgendwas explodiert. Ja, ich hab ihn fast verschossen. Warte, warte, warte. Hast du ja geschossen? Irgendjemand hat geschossen. Ja, ich. Andy tiert mich übrigens gleich, ne? Snay ist der Traitor. Snay ist der Traitor. Snay ist der Traitor. Bin ich gar nicht, ey. Du bist der Traitor. Du bist der Traitor. Was soll das, ey? Du bist der Traitor. Du bist der Traitor. Der war schlecht. Ja, ey. Ich habe gar nichts gemacht, ey. Gar nichts, ey. Und ich bin nicht im Dead Reiner. Du bist im Dead Reiner. Was für eine Waffe hast du? Shotgun. Was für eine Waffe hast du? Shotgun, immer noch. Willst du mir einen Sniper haben? Nö, ich nicht auf der Web hier. Ach mann. Ja, dann gefällt er ja, da. Wo bist du? Hinter dir. Hallo, ihr. Ah hier. Wo seid ihr eigentlich? Wer ist da hinten? Snay. Der ist Traitor. Der ist ein Dead Reiner. Der ist ein Dead Reiner. Der ist ein Dead Reiner. Bin ich gar nicht, Alter. Ihr seid ein Dead Reiner. Der ist links. Der ist reingelaufen. Der ist da reingelaufen. Glaube ich nicht, als ich das bin. Ja. Hast du ihn? Wow, hab ihn. Ja. Alter, wie mies ist das denn? Scheiße. Alter, wie bin ich denn weggeflogen? Ich bin in seiner Märtyrer festgepackt. Ey. Ja. Ich sehe schon wieder nichts. Alter, ist das rot. Bist du gerade in die Märtyrer? Äh, warte mal. Wie ist Andi denn gerade gestorben? Alter. Ich bin in seiner Märtyrer festgepackt, wenn ich sie früher explodiert. Nein. Ich hab dich weggeschossen. Nein. Ach du hast auf die Märtyrer geschossen, deswegen gesehen hast du auch noch. Nein. Der hat geschaffen. Ach so. Oh mein Gott. Du wurdest rtl vibed. Pfff. 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 Aber Andi, du weißt, dass das gerade mit sehr schlecht war, ne? Nein. Kevin, du weißt schon, dass du sehr scheiße wirst. Ja, das weiß ich. Okay. Ah, ist ja auch Kevin. Haben wir uns ja auch, ne? Siehste? Hallo, ich muss dich auch irgendwann mal töten, wirst du? Alle Runden entweder von meistest du's mir oder in irgendein anderer. Oder du... ja, eigentlich meistest du. Ja, eigentlich meistest du's mir. Was will ich eigentlich mit dieser scheiß Waffe? Ja, was hast du denn für eine scheiß Waffe? Ich hatte den Stryker. Nee, was hast du eigentlich eben? Da muss ich erstmal ein bisschen striken. Sie ist gar nicht so schlecht. Was? Hast du ein Baby auf mich geschossen nebenher aus dem Turm? Nein. Ja, und ich geschossen, weil aus deiner Richtung ein Schuss kam und da war der Schuss. Boah, warte Scheiße. Ich hab Snail hier bei dem Bürogebäude gesehen. Ich hab da gar nix. Okay gestrickt, Riesenthema. Hatte jemand von euch schon mal einen YouTube-Strike? Oh! Ein YouTube-Strike? Also ein richtiges Strike, nicht ein Content-ID. Das war echt knapp. Das war echt knapp. Ja, auf einem Zweit-Channel, wo ich das immer ausprobiert hab. Das war lustig. Was hast du denn dann gemacht? Ich hab einfach irgendeine Musik hochgeladen. Das war. Ey, das war voll gut. Innerhalb von 24 Stunden. 5000 Klicks. Ich wollte dich erschrecken, Mann. Aber eigentlich wollte ich direkt auf dich drauf springen. Ja, ich hab dich schon vor... Was ist passiert? Ja, ich wäre fast hier beim Strand runtergefallen. Aber auch nur fast. Ja. Oh, das ist explodiert. Das war explodiert, ja. Kann man am Wasser sterben wann, wa? Ich bedenke ja, weil das schon so komisch aussieht. Kriegst du Schaden? No. Ich auch nicht. Noch nicht. Ja, komm. Nee, Snake. Ja, komm. Ja, ich bin jetzt. Okay. Der ist explodiert, der Kerl hier. Ja, Goom ist es. WTF. Wo ist Goom? Auf einem der Dächer von diesen Dingern. Nein, warte, nein. Es ist nicht Goom. Es ist, nee. Tönt mir Leid, Goom. Weil du gerade explodiert hast. Tönt mir Leid, Goom. Tönt mir Leid, Goom. Tönt mir Leid, Goom. Das wäre ein bisschen verdächtig geworden. Nein, 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 nein. Ey, Goom ist es doch. Goom ist es doch. Wer soll es jetzt sein? Gut. Oder Schnee. Oder Schnee. Oder Schnee. Oder Schnee. Oder Schnee. Oder Schnee. Ja, Drama. Ja, ich bin es. Ich bin sehr zu. Ich bin Traitor. Also entscheidend ist mein Mr. Wanweiler. So geht das nicht. Wer soll das jetzt sein? Erzähl. Wer soll dein Herzblatt sein? Ich weiß nicht, ob ich die Musik dazu habe. Na nö. Na du. Hallo. Na nö. Na nö. Also ich bin immer auch dafür, dass es Schnee ist. Also warum verdächtigt ihr mich? Was soll das? Ich habe euch nichts getan. Gar nichts. Ich mache diese Sniper nicht. Ich nicht so witzig. Ja, finde ich auch nicht so witzig, dass ihr mich verdächtigt. Warum macht ihr sowas? Ich finde das schon ziemlich witzig. Nein, das ist scheiße. Ich bin nicht schlecht von euch. Ich habe die ganze Zeit gar nichts gemacht. ... aber das ist scheiße. Also mein Kollege stirbt im Wasser. Ne, das ist doch immer noch der Kopf. Soll ihn so auf den Kopf schießen wie ich will? das ist irgendwie mal wie Andi, hey Andi, hey Andi, hey Andi Ach man, das war witzig, ihr gebt ihm genau den Headshot in der Sekunde, wo Andi wieder bin, oder? Ja, vor allem, dass der erste Headshot, die ersten beiden Headshot sind nicht gezählt, schau Alter, wir drehen die ganzen Komis Das war scheiche Oh Grevis hat eigentlich noch einen Kanal drin, oder? Ja, Grevis ist immer noch hier Alles klar, Grevis Haben wir noch nie rausgemobbt, schade Naja, haben wir noch nicht geschafft Vielleicht sollten wir schlecht über ihn reden Wie willst du schlecht über ihn reden? Alles, was du über ihn sagst, egal ob gut oder schlecht, ist ja irgendwo, naja gut, gut ist eigentlich meistens gelogen, aber schlechtes stimmt schon Grevis hat ja auch Salafisten bei sich zu Hause im Wohnzimmer, einfach was zum Vögeln hat abends Aber die Salafisten, die sind doch gar nicht böse Mensch, die sind noch vollkommen gewaltfrei Ja genau, die, die möglichst bloß eben Salat zu vergewaltigen Ja Ja Aua Ja Was ist denn das, wenn's jetzt hier? Lass mir acht Fehler töten Shit Oh, stimmt sogar Hehehe Call Dede Danke, mir geht es gut Ja gut Andi, lebst du noch? Ja, 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 ja Okay, wegen der Explosionen So, ne, das war ja bis Wander Warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal schneller da Hey, äh, du hast doch nicht Ja, du hast auch gerade auf jemanden geschossen Ich hab mich nicht hinterher geschossen, du Ja, da war jemand Aber keine Bung mehr, er hatte der Bung was Du, Alter, hast die Entfernung, ne? Du, Alter, hast die Entfernung, ne? Hä, ey, warte mal, nee, warte mal, nee, warte mal, nee Also Gummistrader Nein Das gibt einhundert Gummipunkte Hehehe, wat? Das hört sich wie noch bei einer seiner Sexwährung an Hehehe Bei tausend Gummipunkten gibt's ne auflastbare Waschmaschine Andi, sag mir, wenn du wen siehst Okay Wann war wohl wiederbelebt? Was? Nein Geht zurück Wer macht sowas? Oh, ich will Oh, er war inno Ja, es ist, nee Warte mal, ich versuch, ich versuch nen Trick Andi Ich versuch dir den Wanderer hierher Komm zurück, komm zurück Andi Ich versuch den Wanderer hierher zu bringen Wenn ich ihn treffe Bist du noch da? Ja, ja Komm mal hinterher, ich versuch den Wanderer her zu teleportieren Her zu hacken Heck mal her, das Kind Wo auch immer der jetzt hin ist, ist am Strand vielleicht, guck mal Der doch nicht, oder? Wander darf sich nicht am Strand blicken lassen, ist gehundes Strand Das ist kein FKK-Stand meinst du? Der ist einfach mal weg Ja, ja, ich bin verschwunden Ich hab mir die Luft aufgelöst Ganz ehrlich, Wann war traurig dazu, der geht in roter Seitenunterwäsche anstatt Ist noch hinter mir? Oh Ich hab das weiße oder die falsche Oh Das war doch falsche Scheiße Ah, zwei gegen zwei noch, komm rein Bleib hier, wow Okay, Mr. Wanderer Ja Wer sieht unsere Taktik aus? Ähm, ich hab wir töten einen Ex und... Also den Leipzigsten, okay Siehst du die? Kein Stück Aber lass mich mal am besten vorlaufen Bitte Obwohl, ne, wenn ich sage, dann kommen die auch noch auf dumme Ideen So, sehr gut Lass auf jeden Fall der richtige Richtung Soll ich jetzt in den dritten oder in den zweiten Hangar lieber rein? Was ich eher... ah Ich denk die kommen von links, aber gut Ne, hier ist ja nichts mehr recht Ah, da hinten sehste Ja genau, da hinten sind sie Alter NEIN Och man, wie scheiße ist das denn? Da sind sie Ja, ja Alter, wie kacke ist das denn? Sehr schön ist das denn? Dafür töte ich dich nicht mal Pre-Post Ja Da unten wird man umgebracht, das ist so scheiße Hat mich das scheißchen machen? Ach man, ich wollt... Oh, Tatsache Weil die Herr Teleport hier mit Andi umbringen kann Aber darauf... Ne, das hätt glaub ich nicht geklappt Das hätt' klappen können Ja, wenn die... Die hätt' nur treffen müssen Ja, ja Ich hab' dich ja extra versteckt Ja, du wusstest ja, dass das vor... Du hast so Andeutungen gemacht Minimal Oder ganz minimal Na, wir haben noch Zeit für ne Brunnen mindestens Oh, Johanny spielt Adventure Capitalist Das freut mich Oh, Andy Der hat auf mich geworfen Ah, wir freut mich Ich freut mich So, ich mach mal in den Raum rein Ja, oh Du... Ja, gut Da wollte wahrscheinlich jemand, dass du ein heißer Detective bist Alter, was ich mit... Nehmen wir jetzt mit dir grad die Welt I don't want to set the world on fire Fire... Schuldig Alter, da... Ich bin fast gelaufen, dass du... Ich war doch bei Pitboy, Alter Endlich Waffen Wow An Telefront Wobei, hast du's mitbekommen mit der Fallout Anthology wo alle Teile drin sind wo man eine Mini banaum bekriegt ööööööööööö três Aber ich hab' mir hier eben mit PitBoy3000 bestellt Ja das... Nein, da sind ja alle Fallout-Teile drin Ja ja, wir haben doch das geht auch kritisch Ja das ist wahr Der PitBoy ist da noch ein Stück besser Es ist Goomb Nein Oh ne also waren wir an Goom oder was? Nene, es ist nur Goom. Er schießt ja auf mich. Auf mich wird geschossen. Ja Goom wahrscheinlich mit einem Sniper. Wo ist der denn? Ja das kann nicht schlecht sein. Der ist auf so einem Ding. Direkt über dir gewesen. In der Nähe vom Turm. Ah fuck. Ja toll, ich muss nachladen. Ja toll. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich wollte da ins Gebäude rein. Das tut mir jetzt aber auch leid. Alter, solltest dir. Alter ist das grausam. Leute. Alter, war das jetzt echt. Das ist ja echt die Höhe. Uh. Ja, ich sehe wieder nichts. Ich sehe Schott gar nicht. Ja, geht mir aber auch so. Geht doch. Wo bist du denn? Komm lass dich töten Goom. Das hast du jetzt aber. Das wirst du aber böse. Das ist frech von dir drumherum. Das wirst du. Warum denn? Ja. Ich hab's nicht so gern, dass du. In or of your traitor must. Andy, könntest du meine Tränen ausbrechen? Du hast gar nicht meine Leiche. Confirmed. Okay. Warte, warte, warte. Ich hätte das erwartet. So. Zuck. Hinter dir, Karl. Du meinst wohl dein Gedanke war. Ich will da rein. Jetzt so leicht und schön das. Das war auch geil. Regnet das gerade bei mir? Keine Ahnung. Ah, nee. Es ist nur Wind. Ah, okay. Wow. Es regnet Wind bei dir. Ja. Oh, Mann. Oh, fuck. Oh, fuck. Ei, ei. Das hätte jetzt nicht rausgehen können. Das ist der Wind of Change, der hier regnet. What for a change? Der wird richtig Probleme. Ja, der ist auch so. Leute. Oh, da. Rennen. 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 Oh, sexy. Alter. Mensch, der sah ja zu genial aus. Drummer geht unten vorbei, angespringt über Drummer's Kopf. Früher geht das in die andere Richtung. Und ich hatte die Füßten, du homosexuelle Schwein-schreffo. Aber die Musik hat einfach perfekt gepasst. Was? Was? Eine Runde noch, oder war es jetzt die letzte? Ja, das war mir eigentlich schon die letzte gewesen. Eine Runde noch. Eine Runde noch. Das ist jetzt das letzte. Sehr genau, das ist jetzt das letzte. Das ist das letzte. Nur für meine Zuschauer mach ich über den. Das ist sozusagen die Drummer-Runde. Das letzte. Ahaha. Bitte. Achja. Wo ist immer was? Was? Ich will die da haben. Hier ist ein Schießstand, ist ja cool. Hm. Ist ja alle Waffen. Hm. Der Waffenraum ist nice. Hm. Da habt ihr den endlich entdeckt. Ich bin darin gespawnt. Oh. Oh. Ja. Das ist jetzt der Exil nie entdeckt. Kann man es auch machen. Oh. Hey. Hey. Hallo Goom. Goom, was schießt du? Ich bin doch noch auf. Ich schieß einfach. Warte, Sarah. Er war Traitor. Leute. Wir nehmen doch noch auf. Kannst du mir nicht. Ich kann mir den mal fett callen hier. Junge, aber du kannst mir schon so tracken. Du bist halt wie ein Traitor gelaufen. Muss man mal sagen. Ne, so zu sorgen. Ich hab das studiert extra. Also sei ruhig. Ja, sie bist ruhig. Das hat man wahrscheinlich im Gang gemerkt. Ja. In den Heihilfe. Ja, in den Heihilfe. In den Minirol. In den Minirol. Cool. Oh. Pass auf. Ja, ne. Ah, Dings. Hallo. Ach, hier ist der Waffenraum. War ja direkt neben mir. Okay. So, ich töte jetzt weiter, Leute. Ja. Ich bin Lizenz zum Töten. Eigentlich ja. Mhm. Mhm. Wow. Das ist sehr, sehr effektiv gerade. Au. Auf mich wird geschossen. Ach, von da oben. Aus dem Turm raus. Das funktioniert hier gerade nicht so, wie ich will. Der Typ hat halt leider nichts getroffen. Wer ist denn das? Hallo. Ha. Huch. Hups. Na ja. War, 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 war. War auch schon mal besser. Warte, du Warte. Ich hab ne Idee. Ich hab so ne... Naja. Ach man. Du schlecht. Was ist denn ex... Ach so, da, genau. Mein Chef, komm. Äh, tschüss bis der nächsten Folge. Ja, tschüss. Tschüss. So, ich bin raus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.